... entsteht zumindest fest. Wir haben ihre Akte wieder geöffnet. Ich hab genug von der Scheiße, Ari. Hören Sie, Schatz, ihr Verhalten mag vielleicht originell sein, aber mir gefällt es überhaupt nicht. Ich muss leider feststellen, dass Ihre Kooperation etwas zu wünschen übrig lässt. Was fällt Ihnen ein, hier zu erscheinen? Ist die aufendlichste Situation nicht schon schlimm genug? Bist du sicher, dass du mir nichts zu sagen hast? Nein, nichts. Ich muss noch was Schreckliches hinzufügen. Das hat mich die Erfahrung gelehrt. Wo wir auch sein werden, Sie werden uns finden. Vielleicht ist es schon zu spät, aber egal, wir müssen es versuchen.